Kommt geht's alle! Ungefahr, Runde 1. Nathande low, Runde! Runde 2, 3� lief 5 obscures fissionaires! Hallo der Runde, liebe cheder, liebe cheder! Applaus 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 für den Landesverband Hamburg. Sein Sein Mann war eines der TH-Albe. Artem Stift ist ja 121 Kämpfe, wovon er 101 gewann. Er ist der Deutsche Meister der U21 aus dem Jahr 2009 und 2010. Bei den Männern wurde er 2011 Deutscher Meister. Auf der Europameisterschaft in diesem Jahr holte er die Bronzemedaille. Artem wird heute von Michael Thiru und André Weidger betreut. Regelfrei Runde 2 Er stand, warten, 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 warten. Hey,цы! Regelfrei. 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 Gallelfrei. Ja, down. Ich mache. Oh, ich mache. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.